hey leute hier sind wir heute unterbinden von den two epic buddies und heute gibt es ein neues top 10 und zwar die top 10 no hands also gegner die absolut nix gerafft haben bei den clips und da ist ne ne ihr werdet einfach gleich sehen was da alles so passiert ist aber davor erklärt benny was hier fürs nächste mal so einzeln können wenn ihr raus genau beim nächsten mal wollen wir krasse moves sind also irgendwelche krassen 10 wo ihr vielleicht die gegner richtig hat outplayed habt oder wo irgendeinen geilen spielzug einfach gemacht habt wo ihr einfach dann krass rasiert habt oder irgendwas cooles einfach einfach krasse moves einsetzen können das ganze wir immer mit dem ersten link in der beschreibung wir hoffen da kommt wieder einiges dabei rum wie dieses mal und ich würde sagen wir starten direkt mit dem ersten low hand hauplan leg los also er denkt hier beim modus gelangschutz in den gegnerischen spawn tötet dann ein paar weg ganz normal eigentlich dann nimmt er die vorrede ein wird von hinten angeschossen was passiert er hat sie eingenommen springt nach hinten und die zwei gegner nehmen auf einmal die vorrede ein und tun so als wäre nie was passiert wissen gar nicht mehr dass da einfach ein gegner war und die vorrede davor eingenommen hatte und er kommt beide einfach gemütlich weg keine ahnung was sich die gegner schon wieder dabei gedacht haben aber ich glaube die haben probleme mit ihrem kurzzeitgedächtnis ja dass sie so schnell vergessen haben dass dein gegner war kritisch vielleicht ein arztbesuch oder so aber naja ich würde sagen wir kommen jetzt zum zweiten clip bei mir raus da haben wir auch ein richtig geilen clip der kollege was das eingesendet hat hat das noch dazu gorgon gammler genannt und es passt einfach perfekt er spielte die map weg und da kämpft einfach hinten einer mit einer gorgon am spawn sitzt da rum und was macht er läuft ihm sogar ins visier rein und der gegner rafft absolut nicht der dreht sich in den kreis und trifft 0 dabei und ein absoluter bot als der hat wirklich erstmal der einer prez am start und wirklich im bot richtig der no hands wie man sich es vorstellt und ich würde sagen wir kommen einfach direkt zum dritten ja da haben wir auch wieder ein bot am start nicht der spieler selber sondern der gegner er rennt einfach zur c flagge und bleibt dann einfach stehen er tut gar nix und der gegner sieht ihn einfach nicht Digga Brille vielmann weißt bescheid ich verstehe es nicht warum der denn nicht sieht der rennt zehnmal bei ihm vorbei guckt ihn glaube ich sogar direkt an aber er rafft es einfach nicht und dann hat er einfach gemütlich zählen genommen ohne irgendwas zu tun nicht mal den gegner einmal angeschossen läuft bei ihm auf jeden fall krasser no head und ich würde sagen wir kommen jetzt zum vierten clip da haben wir einen richtigen anti-mate am start der kollege spielt die hat energie keiner spielt stellt ihn auf und dann guckt euch mal an was der teammate macht er Er will den energiekern zerstören er boxt ihn und da kommt das allergeilste er wirft ne fucking termitgranate auf den energiekern läuft dann selbst rein brennt denkt sich auch hau ich muss sie raus läuft ein stück zurück und läuft wieder rein und stirbt dann Oh mein gott hallo digga was ist denn bei dir falsch gelaufen man er ist entweder absolut betrunken oder er hat ein IQ von 1 ich weiß es nicht 1 von beiden muss es sein aber auf jeden fall der absolute no head ich hab den clip hart gefeiert Und ja ich würde sagen wir kommen zum nächsten Ja da haben wir auch wieder so einen Kandidaten den ich absolut nicht verstehe er kämpft hier oben auf Nuketown mit der Sniper wird einmal angeschossen Schafft erstmal gar nichts reagiert nicht mal auf den Schuss weiß ich nicht wer hat den Hitmarker wahrscheinlich nicht gesehen vielleicht war da ein Bildschirm zu klein oder so Dann wird ein zweites mal angeschossen läuft richtig nach rechts und guckt nach hinten raus aus dem zimmer Und da ist einfach keiner er geht wieder zurück und bleibt aus dem fenster hat den gar nicht gejuckt Keine ahnung wie man sowas nicht raffen kann aber wir haben heute Kandidaten dabei die sind absolut schlecht absolut schlecht Ich finde das so genial und ja keine ahnung was man zu dem noch sagen soll wenn ihr den nächsten geht raus Und da haben wir wirklich ein absoluter Klassiker ist hier am Start nämlich wird hier Black Ops 2 gezockt Eine DLC Map nämlich Firing Range und ihr kennt alle diesen Spot also jeder der die Map schon gespielt hat kennt diesen Spot da wo er gerade reingeklettert ist beim Fenster Da oben ist zu 90% immer einer drinnen der am rumschimmeln ist und er macht den allergrößten Klassiker das waren quasi die ersten Tools die es gegeben hat Nämlich er geht einfach ins PSN Menü rein und schreibt den Gegner an und schickt ihm eine Nachricht mit hinter dir Was macht natürlich dann der Gegner er dreht sich um aber was passiert er findet ihn nicht er findet ihn einfach nicht wo ist er denn Er geht dann nach hinten und sucht sogar den Gegner der ihm gerade die Nachricht geschickt hat da im Gitter hinten dann wird er angeschossen Er dreht sich um und er zieht ihn immer noch nicht und was macht er dann er geht hin und kämpft weiter Oh mein Gott und dann das Beste er schießt dann einfach wild rum weil er glaube ich irgendwie gerafft hat er wird geschwollt aber er weiß nicht was er tun soll Schießt dann einfach wild durch die Gegend klettert wieder hoch ins Haus springt dann wieder aus dem Fenster raus und ja läuft weg und stirbt dann Er wurde absolut verarscht und er kann einfach sein ganzes Leben verkaufen inklusive Konsolen und so weiter weil er hat alles verloren Er wurde wirklich absolut getrollt besser kann man es eigentlich nicht machen auf jeden Fall Respekt an denjenigen und ich würde sagen wir kommen zum nächsten Ja da haben wir einen krassen Move von dem Spieler der Gegner ist hart outplayed worden deswegen haben wir das dazu genommen ich meine der Gegner ist jetzt nicht so der No-Hit aber guckt euch das an Er rennt hier einfach bei Redwood unten bei den Bäumen springt dann zur Bombe und gönnt sich den Ninja Diffuse Absolut geiler Move und der Gegner ist natürlich hier der No-Hit aber den muss ich einfach dazu nehmen ist jetzt nicht so krass der No-Hit der Gegner Weil das kann man mal übersehen dass da einfach ein Gegner unten bei den Bäumen vorbeispringt aber Digger der Move Respekt an dich der uns das eingesendet hat echt krass ich war echt erstaunt wie ich das gesehen habe So ein Ninja Diffuse weiß ich nicht habe ich eigentlich noch nie gesehen Ja absolut krass Wir kommen zum nächsten Clip und da kann ich eigentlich nur dazu sagen Digger sowas sendest du am besten nicht ein wenn wir das Motto von No-Hans haben Er will hier nämlich den Gegner verarschen läuft ihm mit Boxhandschuhen nach wirft ihm dann die ganze Zeit irgendwelche Flash oder Stuntgranaten vor die Füße Dann wirft ihm eine Granate vor die Füße was passiert der Gegner weicht die Granate aus und er läuft selbst hinein Digger du wurdest einfach von dir selbst gedroppt Hat sich einfach selbst gedroppt ohne Witz also passt eigentlich wirklich gut für die heutige Serie Weil Digger du warst derjenige der nix gerafft hat Oh man auf jeden Fall auch geiler Clip wir haben es geil gefunden und ich würde sagen wir kommen zum nächsten Ja ein ziemlich entspannter Clip er snappt hier einfach auf Combine schießt ein Gegner ab Zwei weitere sind ja der eine Sack trauft absolut gar nichts Der dritte den snappt ja dann noch gemütlich weil wieder drei Gegner die absolut nix gerafft haben dass da einfach Einen Millimeter von ihnen einer entfernt steht der gerade auf sie schießt mit einer Sniper ich weiß nicht wie man das nicht affen kann Kein Headset keine Minimap keine Augen ich weiß es einfach nicht die haben einfach wieder schon mal gar nix gerafft Absurd krass was heute für NoHand Clips da eingesendet wurden auf jeden Fall mega fettes Danke fürs Einsenden Wir haben einiges gelacht beim Tourgucken von den Clips muss man schon sagen und ja ansonsten haben wir sonst noch was Ja in meinem letzten Clip hallo stimmt Ich dachte wir sind schon mein zehnten Ne Digga ich würde sagen ihr gönnt euch einfach mal den nämlich nochmal Oldschool Feeling nochmal Black Ops 2 Und dieses Mal der Gegner campt hier bei Raid oben bei diesem einen Camperhaus hinten und das sind so ein paar Tonnen Was macht der eine Kollege er schießt ihm vor die Füße und schießt ihm diese Tonnen weg und er rafft es nicht Er rafft es einfach nicht oder er rafft es schon aber er juckt ihn nicht und dann kommt das allerbeste wo ich mir nur gedacht hab Digga was ist denn los mit dir Er schießt ihn an und was macht der Gegner dann also derjenige der getroht wird er läuft einfach weg Hallo ich will mich umdrehen aber was macht er nein er läuft einfach weg Juckt ihn nicht Wo ich mir auch denke Digga warum dreht man sich da nicht um und guckt wenigstens nach was da gerade passiert Aber juckt ihn nicht er läuft einfach weg hatte Angst einfach Wahrscheinlich saß er da in der Ecke weil er sich die ganze Zeit in die Hosen geschissen hat Ich weiß es nicht auf jeden Fall auch absolut gelähmt gewesen und ich glaube das war es dann mit den 10 Clips für heute Ja jetzt war es das Ja jetzt war es das Ja auf jeden Fall Leute ihr wisst Bescheid ihr könnt natürlich bei den ganzen Erspielern beziehungsweise No Hits unten in der Beschreibung vorbeigucken Sind alle verlinkt wenn es euch gefallen hat könnt ihr ein Like da lassen und ja wisst Bescheid was wir beim nächsten Mal so sehen wollen Wir sehen uns wie immer beim nächsten Video haut rein und ciao Ciao